1000 für den Imperator, der YouTube-Kanal, in Kooperation mit Games Island und Pinselschwert. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist weder Why is it cool noch ein anderer Blick auf, sondern das ist eine Let's Talk About Folge zu einem GW-Thema, das bei uns auf dem Kanal immer nur so am Rande auftaucht, weil wir uns meistens mit den Ereignissen in den Hauptwelt, in den Hauptsystemen befassen. Und zwar Necromunda, dieses skirmischer, gangbasierte System, was ja auch schon recht lange bei GW etabliert ist. Da bei dem Let's Talk About aber irgendwie total sinnfrei ist, wenn ich alleine ins Mikrofon quatsche, habe ich mir den hochgeschätzten Stefan gegriffen und habe gesagt, los, du setze dich jetzt bitte vor das Mikro, ich muss über Dinge reden. Hallo Stefan. Hallo Gregor, grüß dich. Ja, es ist tatsächlich auch einfach was, was sich wahnsinnig lohnt gefühlt, weil gerade mit der neuen Hive Sekundus-Box, die ist ja einfach echt wahnsinnig schön. Ich habe sie tatsächlich selber noch nicht in der Hand gehabt, aber ich kenne natürlich die Artworks, ich kenne natürlich Designs und ich stecke, glaube ich, im Necromunda-Lohr ein Stückchen tiefer drin als du, zumindest bei den Sachen, die bisher schon erschienen sind, oder? Kann das sein? Deutlich, deutlich. Also ich bin wirklich, ich habe ein paar Videos vom Arbiter-Iren gesehen und mich halt hauptsächlich dann damit beschäftigt, weil es bisher irgendwie was ist, wo mir vor allem die Modelle gefallen. Aber dass ich jetzt wirklich sagen würde, hey, ich kenne mich da perfekt aus oder so, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber bevor wir aus Lohr einsteigen, hast du gerade einen guten Hinweis geliefert, nämlich mit den Modellen befassen. Mein Eindruck ist, dass Games Workshop gerade bei Necromunda unglaublich mutig ist, neue Sachen auszuprobieren. Also einfach, ich habe fast keine Necromunda-Modelle, wo ich sage, die gefallen mir nicht. Die haben alle irgendwas für sich, die sind alle irgendwie spannend designt. Jetzt die neuen Malstrains und die Spirals, dachte ich mir so, ja, gib sie mir bitte fünfmal. Insofern, also da funktioniert für mich fast jedes Mal das Designs, auch diese Wasteland-Sachen, wo sie die Fahrzeuge reingebracht haben in der vorhergehenden Story-Season. Super gut. Also ich habe eigentlich bei Necromunda, weil das Modelle angeht, eigentlich nie was zu meckern. Das ist echt wahr. Also gerade auch die neue Lady Helma und die Lady Krio und auch die ganze Story um die beiden Figuren rum. Ich fand die beiden Modelle so überzeugend und großartig. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und jetzt also für Lady Helma haben sie jetzt praktisch ein zweites Modell rausgebracht. Das eine sozusagen vor dem Bürgerkrieg und das zweite jetzt im Nachgang des Bürgerkriegs. Das ist, glaube ich, das erste Necromunda-Modell, also der erste Charakter, der tatsächlich zwei Modelle hat. Einmal dieses in der Hofgewandlung mit den Servoschädeln, die die Schleppe vom Kleid halten. Und dann ist das neue Modell in dieser Spira-Rüstung. Also so ein völliges Kontrastding drin ist. Aber ich glaube, für diejenigen von euch da draußen, die nicht wissen, worum es bei Necromunda geht, sollten wir einen ganz kurzen Abriss machen. Was ist Necromunda erzählerisch überhaupt? Möchtest du oder soll ich? Ich glaube, das kriege ich gerade noch so hin. Go for it. Necromunda spielt quasi auf der gleichnamigen Welt Necromunda. Die war im dunklen Zeitalter der Technologie eigentlich eines der Juwele der Menschheit. Ein ganz, ganz großartiger Ort, der aber dann im Zuge der imperialen Okkupation zunehmend eben in kriegerische Handlungen verwickelt worden ist. Und was einstmals so eine ganz, ganz wunderbare und großartige Welt war, ist dann Stück für Stück auch immer weiter verfallen. Und ist immer weiter durch die übliche Industrialisierung und durch irgendwelche Nuklearwaffen, die man eingesetzt hat und all die anderen schönen Dinge, die man so machen kann, eben in dieses Höllenloch verwandelt worden, das dann eben auch den Namen Necromunda angenommen hat. Und jetzt kann man da in dem Hive Primus eigentlich, also Necromunda ist ein Planet und auf dem stehen mehrere von diesen Hive Cities und bisher war es so, dass man sowohl im Hive Primus eben verschiedene Gangs spielen konnte oder dann eben auch in den Aschewüsten zwischen den Hive Cities. Und jetzt bewegt sich quasi das Spiel Necromunda, das ist ein Skirmisher, das bedeutet, man spielt immer so eine Gang oder jetzt auch offensichtlich mal ein Fahrzeug oder Genestealer, aber dazu kommen wir dann gleich. Und das bewegt sich quasi dann immer so ein bisschen in einem sehr kleinen Rahmen, jetzt aber hin zu den Ruinen des Hive Sekundus, der ja auch unserem Video sozusagen seinen Namen gegeben hat. Ganz genau, richtig. Also im Grunde genommen ist Necromunda so die prototypische Makropolwelt. Von denen gibt es im Imperium ja gar nicht so wenige und da wird auch immer darauf Bezug genommen, dass es in den Undercities massive Gangkriege gibt, dass diese Produktionsstätten im Grunde genommen vor Kartellen kontrolliert werden und die ihre Interessen halt auf bewaffneten Weg ganz häufig fortsetzen. Und in Necromunda wird auch sehr klar gesagt, Ganggewalt ist sanktioniert, das ist erlaubt, das ist gewollt, das Recht des Stärkeren, solange man sich nicht gegen das imperiale Gouverneurshaus auflehnt, ist vollkommen in Ordnung, solange es der Produktionssteigerung dient. Also das ist ein Grundthema, was in Necromunda drin ist und der Planet ist halt eigentlich mittlerweile vollkommen ausgebaut. Es wird eigentlich nur noch Restschlacke auf Überreste von Rohstoffen durchsucht. Und dieser Planet ist das, was mit einer Welt passiert, wenn das Imperium mehrere tausend Jahre Zeit hatte, ihn auszubeuten. Also völliger Raubbau an dieser Welt und an den Menschen. Und natürlich hat Necromunda so ein paar externe Faktoren. Es wurde im Laufe der letzten über 20 Jahre immer wieder angedeutet, dass es potenziell einen Symbiontenkult in einer Makropole gab, wo es zu einem Aufstand gekommen ist. Und dieser Aufstand ist wohl niedergeschlagen worden und zwar auf die maximal mögliche Weise, nämlich mit Nuklearwaffen, indem man eine komplette Makropolstadt, also eine Hive City, weggebombt hat. Genau das ist dieses Hive Sekundus. Der ist auch in der Neuauflage von Necromunda, als das vor ein paar Jahren wieder neu rauskam, in Anführungsstrichen nur angedeutet worden. Das war nie Themenblock für Ereignisse, für Geschichten. Es wurde immer gesagt, das gibt es. Und nur irgendwelche durchgeknallten gehen dahin, um Schätze zu finden, weil da sind mit Sicherheit noch irgendwelche mutierten Alienviecher drin. Das ist aber nie im Detail ausgebaut worden. Und das ändert sich jetzt mit praktisch der neuen erzählerischen Season für Necromunda. Genau, denn wenn man quasi jetzt sich einmal anschaut, was ist Hive Sekundus eigentlich, dann stellt sich relativ schnell raus, das ist vor allem eine Sache, nämlich ehemals war das eigentlich das Juwel Necromundas. Der Ort, an dem die ganzen Datakarten aus dem dunklen Zeitalter der Technologie letztlich gelagert worden sind und auch der Ort, an dem die ganzen technischen Fortschritte gemacht waren. Der Hive Sekundus war das, was Necromunda wertvoll gemacht hat, zumindest fast noch wertvoller als Hive Primus, weil dort eben tatsächlich nicht nur die ganzen Manufaktorien lagen, sondern auch ernsthaft Kunst und Kultur eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Hive Sekundus hatte riesige Kristallbögen, er hatte eine unfassbare Ansammlung an Pflanzen, die einstmals auf Necromunda existiert haben und vor allem haben sich dort die wichtigsten Wissenschaftler des ganzen Sektors eingefunden. Und darunter leider auch ein Magus Biologus namens Hermiatus, der war voll der Experte darin, wenn es darum geht, irgendwie seltsame Alienrassen zu erforschen und kannte sich da richtig gut aus, war ein angesehener Mann. Und der hat eine Theorie entwickelt, nämlich dass, wenn man von einem Genestealer-Befall spricht, dass das nicht nur eine genetische Problematik ist, sondern dass es da auch eine psionische Problematik gibt und dass diese Psi-Problematik eigentlich das ist, was so ein Genestealer-Kult wirklich gefährlich macht. Und das ging sogar so weit, dass ihn irgendwann, der hatte sein Labor im Hive Sekundus, dass ihn irgendwann dann die Inquisition angesprochen hat und der Ordo Xenos gesagt hat, hey, es wäre wahnsinnig großartig, wenn du für uns ein paar Forschungen übernimmst. Wir haben so ein paar Genestealer für dich, die würden wir dir überlassen und du sagst uns dann mal, was an deiner Theorie dran ist. Was kann da schon schief gehen? In der Tat, genau. Sponsored by Inquisition, never gone wrong. Der Hermiatus ist tatsächlich an die Arbeit gegangen, hat aber im Laufe von so ein paar Jahrzehnten relativ viele seiner Genestealer-Forschungsobjekte durchgebracht, bis er schließlich ein neurologisches Interface entwickelt hat, das dann ja letztlich in der Lage war, tatsächlich Kontakt zu dem letzten verbleibenden Genestealer aufzunehmen. Ja, und dann hat er sich lange mit dem unterhalten und auch sehr, sehr ruhig und irgendwann ist er dann halt aufgestanden, ist zu der Kryostasis-Kammer des Genestealers gegangen und hat die geöffnet. Und wenig überraschend sprang die Bestie dann da raus und hat halt alle abgeschlachtet, die in diesem Labor waren, bis auf Hermiatus selbst, den er aber mit dem Genestealer-Genmaterial infiziert hat. Und Hermiatus hat daraufhin diesem jetzt entstehenden Patriarchen geholfen, im Haif Sekundus sich weiter auszubreiten und Hermiatus selbst hat dann halt auch die ganzen Agenten der Inquisition mithilfe dieses Genestealers einfach ein nach dem anderen umgebracht, sodass erstmal gar nicht bemerkt worden ist, was passiert ist. Habe ich das, habe ich das nicht richtig im Hinterkopf, ist nicht dieser Patriarch an irgendeinem Punkt auch über die Klinge gegangen? Also ich weiß nicht, ob das später passiert ist, steckt da wie gesagt in den neuen Geschichten noch nicht drin. Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Das bedeutet, wir haben immer noch einen aktiven Patriarchen auf Necromunda. Genau. Wer über die Klinge gegangen ist, ist Hermiatus selbst dann. Denn tatsächlich in der Folgezeit hat sich relativ schnell gezeigt, dass in Haif Sekundus eigentlich vor allem ein riesiges Problem vorherrscht, nämlich, hey, ach du Scheiße, da breiten sich jetzt Genestealer-Kulte aus. Aber der damalige Lord Helmer hat daraufhin beschlossen zu sagen, naja, wir versuchen das Problem erstmal selber zu lösen. Wir sagen dem Imperium erstmal nicht Bescheid und hat versucht mit, ja, letztlich lokalen Unterdrücker-Einheiten, ich weiß gar nicht, wie haltet er. Ja, ja, die Enforcers. Genau, mit Enforcers oder auch mit angeheuerten Gangs gegen die Genestealer vorzugehen und das hat natürlich genau so gut geklappt, wie man es erwarten könnte. Nämlich genau gar nicht und diese Genestealer-Kult-Geschichte hat sich dann immer weiter über den Haif Sekundus ausgebreitet, bis sie sich schließlich wirklich gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise verbergen ließ. Und dann hat man sich doch mal kurz an das Imperium gewandt und vor allem hat der Ordo Xenos kapiert, was da eigentlich passiert ist und was mit seiner Forschung geschehen ist. Und das führte dann letztlich dazu, dass dieser Lord Sire, ja, hingerichtet worden ist, als nämlich die Inquisition auf seinem Planeten eingetroffen ist. Das war die Inquisitorin Vestrix, die dann zusammen mit einer ganzen Abordnung der Inquisition und mehreren Kill-Teams nach Necromunda kam und gesagt hat, ja, ich sag mal, was ist denn da eigentlich los, das gibt's doch gar nicht. Und mit vollem Entsetzen festgestellt hat, dass Haif Sekundus so gut wie gefallen ist und dass die ersten Inquisitorialen Agenten eigentlich sofort wieder rausgeholt werden mussten, weil die halt auf Dutzende und Aberdutzende Genestealer-Kultisten gestoßen sind, die sich da irgendwie einfach doch gar nicht mal so gut geschlagen haben. Was dann dazu geführt hat, dass man das Astra Militarum auf die Welt gerufen hat, genau, unter Lord Jürgen Greim. Sehr schön. Dann eben auch die planetaren Verteidigungsstreitkräfte zusammenzuziehen und erst mal so einen Belagerungsring um Haif Sekundus aufgebaut hat. Also ich meine, da hat der Planet ja richtig gegen Glück gehabt, dass nicht direkt gesagt wurde und so, ja, Exterminatus ist hier eh nicht zu lösen. Lustig, dass du sagst, war Inquisitorin Vestrix erster Impuls. Ich bin nicht überrascht. Hat sie sofort gesagt, hey, wir müssen die komplette nördliche Hemisphäre Necromundas einmal Virus bombardieren. Das geht so gar nicht. Und tatsächlich hat der Adeptus Terra und der hohe Senat von Terra sich dann eingeschaltet und gesagt, ja, ist eine Idee. Aber das machen wir nicht, weil das ist einfach viel, viel, viel zu zerstörerisch für das, was ihr da, also wir brauchen Necromunda, die dort stehenden Manufaktorien. Geht das nicht auch irgendwie anders? Und irgendwie anders meinte dann, dass die Inquisitorin tatsächlich eben Regimente des Astra Militarum, der planetaren Verteidigungsstreitkräfte und sogar eine Kompanie Imperial Fists zusammengezogen hat. Die haben auf dem Planeten ja sowieso eine Ordensfestung. Genau, deswegen sind die auch gekommen. Und dann hat man quasi unter den Imperial Fists gesagt, hey, was machen wir denn jetzt? Und die haben so reagiert, wie man eigentlich immer reagiert, nämlich erstmal einen Belagerungsring drumherum bauen. Ja, Klassiker. In der Zwischenzeit haben aber vor allem die ganzen Leute, die in Hive Sekundus gelebt haben, gemerkt, ach du Scheiße, hey, wir müssen hier raus. Und es begann in Sicht tatsächlich während dieser Belagerungsring, der sogenannte Dustwall oder Staubwall, um diesen Hive Sekundus aufgebaut worden ist, haben die Imperial Fists da einfach gesagt, hey, wir lassen hier auf keinen Fall jemanden raus. Und man hat dann erstmal zwei Regimenter der planetaren Verteidigungsstreitkräfte reingeschickt und gesagt, hey, schaut mal, wie schlimm es da drin eigentlich ist. Können wir da eine militärische Basis errichten oder sonst was? Und die sind stockvoll in diese ganzen Flüchtlingswellen hineingelaufen. Und mit dem Endergebnis, dass das erstmal eine Riesenkatastrophe war, dann hat man halt irgendwann gesagt, ja, okay, das mit den Flüchtlingen ist jetzt also ganz imperial, Standardlösung, das ist jetzt schlimm, aber die müssen leider alle sterben. Hat die alle umgebracht und dann die Regimenter hineingeschickt und dort hat eben der Patriarch mit seinen mittlerweile existierenden Pure-Strain-Jean-Steelern schon auf die gewartet und das sehr erwartbare Massaker angerichtet. Ja, natürlich. Keiner ist wirklich überrascht, oder? Nicht wirklich, nein. Vor allem planetare Verteidigungsstreitkräfte ist halt auch immer so ein Ding, ne? Ja, das kann gut laufen. Auf Nekromunda sind die ja auch, also wenn ich mir sozusagen die älteren Hintergrundgeschichten angucke, dadurch, dass dieser Planet eigentlich sich im permanenten Konfliktzustand mit sich selber befindet, sind Nekromunda-planetare Verteidigungsstreitkräfte tatsächlich überdurchschnittlich gut, verglichen mit den Truppen anderer Planeten. Das muss man ihnen zugestehen. Aber die sind halt trotzdem nicht darauf vorbereitet, sich mit einem kompletten Symbiontenkult mit Pure-Strain-Jean-Steelern zu prügeln. Ja, vor allem nicht in so einer für Genestealer eigentlich idealen Umgebung, ne? Das muss man auch sagen. Das ist ja perfekt. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Das Imperium rekrutiert aus den planetaren Verteidigungsstreitkräften von Nekromunda teilweise einfach geschlossen komplette Regimente, weil die einfach sagen, so ey, für Orts- und Häuserkampf sind die sowieso perfekt vorbereitet. Da werden dann einfach so 40.000 Mann Regimenter direkt ausgehoben. Die haben auch wirklich eine große Tradition. Die werden hin und wieder in Kodizes fürs Astra Militarum, gerade in den älteren Editionen, auch immer mal wieder erwähnt. Das achte Nekromunda, die sogenannten Spiders, haben da offenbar irgendwie auch einen wirklich guten Ruf für diese Kampfumgebung. Genau das. Aber am Ende ist es natürlich so, dass die Situation, die sich dann da darstellt, eine einigermaßen schreckliche ist. Man beginnt dann in der Folgezeit mehrere Dinge zu tun, die die Situation so ein bisschen in den Griff kriegen sollen. Und zwar ist das einmal, dass neben den planetaren Verteidigungsstreitkräften auch Killteams der Imperial Fists da reingeschickt werden und inquisitoriale Agenten. Und das führt letztlich dazu, dass die vor allem irgendwann natürlich checken, dass der Hermiatus noch am Leben ist und beginnen, den zu jagen, während sie gleichzeitig verzweifelt versuchen, zu verhindern, dass hier keine Genestealer-Kultisten aus diesem Staubwall herauskommen, aus dieser Quarantänezone. Das klappt alles mehr oder weniger gut. Tatsächlich schafft es der Hermiatus vom Planeten runter, wird dann aber glücklicherweise auf einem anderen Planeten von der Inquisition noch gestellt und exekutiert. Aber das genetische Material von diesem Hermiatus ist leider bei den Genestealern verblieben. Und genau, für den gibt es ja jetzt auch ein Modell. Stimmt, die klonen den regelmäßig. Jedes Mal, wenn er umgebracht wird, packen sie einen neuen Klon aus. Genau das. Das liegt vor allem daran, dass quasi, warum das so ist, da kommen wir gleich dazu, aber auf Necromunda im Haif Sekundus es keine echten, das heißt nicht, Magie der Genestealer gibt. Also diese noch halbwegs menschlich aussehenden Personen, die existieren. Ja, das Gesicht nach außen, richtig. Genau, und diese Rolle übernimmt quasi der Hermiatus-Klon immer. Schön. Dem wird dann nicht erlaubt zu sterben von Seiten des Patriarchen. Haben ja auch eine enge Bindung, ist bestimmt ein guter Freund. Ja, die gehen regelmäßig ein Bier trinken. Genau. Das Ganze eskaliert dann schließlich dahingehend, dass der neue Lord Helmer, ich habe ja schon gesagt, der alte, den hat man exekutiert. Genau. Und der neue Lord Helmer, der trifft dann eigentlich die einzig ihm verbleibende Entscheidung, denn der kriegt auch echt Angst, dass er letztlich dann, dass er dann letztlich irgendwie hingerichtet werden könnte. Und Kale Helmer beschließt dann aus, ja, letztlich der Angst, dass das, was mit seinem Vater passiert ist, auch mit ihm passiert ist und auch ein bisschen Schiss vor der Vestrix, vor allem der Inquisitorin, dass es jetzt dann vielleicht doch mal Zeit ist, eine Entscheidung herbeizuführen. Und als er merkt, hey, wir kommen hier mit Fußtruppen, selbst mit Space Marines nicht weiter, entschließt er sich, Hive Sekundus dem Erdboden gleich zu machen, trotz der unfassbar wertvollen Datenkarten und trotz der unfassbar wertvollen Geheimnisse aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Und dafür benutzt er diese Raumstation, die über Hive Primus hängt, da kenne ich mich jetzt aber nicht so gut aus. Richtig, die gibt es, das ist auch wirklich so ein Wunder des dunklen Zeitalters der Technologie, das Auge der Selene. Und er tut das einerseits natürlich aus den von dir benannten Gründen, andererseits aber auch aus einem richtig harten Opportunismus. Denn Hive Primus, auch wenn es die ältere Makropole ist, war halt nie so dieses kulturelle Zentrum, so wie du es beschrieben hast. Und jetzt gibt es Probleme mit Hive Sekundus und Helmer sieht das als Gelegenheit, einfach dass Hive Primus wirklich an die Spitze der Makropolstädte auf diesem Planeten tritt und ist halt einerseits aus dem Wissen heraus, Sekundus ist wahrscheinlich nicht so wirklich zu retten, aber andererseits auch aus dem, ich schalte eine Rivalenstadt aus, sagt er, ja, dann machen wir die Stadt halt platt und dann ist vor allen Dingen meine Makropolstadt sozusagen die Chefstadt auf diesem Planeten. Also er ist nicht nur, wir müssen diesen Planeten retten und ich habe Angst, dass mich die Inquisition umlegt, wenn ich nichts tue, sondern auch so, ich schalte einen Konkurrenten aus. Die Wahl der Mittel ist okay, es ist Kapitalismus. Und tatsächlich passiert dann eigentlich das, was man erwarten könnte, das Eye of Selene oder Auge der Selene zerstört die um Hive Sekundus herum existierenden Schilde mit einfach einem Bombardement seiner Energiewaffen und wirft dann Graviton-Bomben auf die Hive City und das erzeugt die Sekundien-Abyss oder eben, ich weiß gar nicht, sekundären Abgrund, ich weiß es nicht, wie es auf Deutsch heißt. Der Abgrund von Sekundus, genau. Genau, denn das ganze Ding bricht in die Kruste Necromundas ein, die Hive City selbst zerfällt und bricht nach unten und es entsteht ein riesiges Loch in der Kruste von Necromunda und in diesem Dustwall, in diesem Staubwall befindet sich dann eben die Ruine von Sekundus, die bestenfalls noch eigentlich ein riesiger Krater ist, in dem diese ganzen in sich zusammengestürzten Türme und alles existieren und dann reagiert das Imperium so, wie das Imperium an so einer Stelle eben reagiert. Alle klopfen sich eine Runde auf die Schulter. Der Kerl Helmer kriegt ein paar Medaillen für seinen großartigen Sieg, den er hier erreicht hat und dann geht die Inquisition ihrer Wege und alle klopfen sich nochmal eine Runde auf die Schultern und dann passt das eigentlich. Die Einzigen, die da halbwegs bei Verstand sind, sind weiterhin die Imperial Fists, die sagen, hey Leute, das bleibt mal bitte in der Quarantäne-Zone und hier kommt keiner raus. Wir machen jetzt alle Tunnel dicht. Wir sind nicht so sicher, dass das den Job erledigt hat. Ja, die sind die Einzigen, die an der Stelle ein bisschen längerfristig denken. Und tatsächlich ist auch genau das passiert, was man erwarten könnte, denn der Patriarch ist nicht tot. Natürlich nicht. Und es stellt sich raus, wenn man Jeans-Dealer mit Atombomben bewirft, sind die nicht etwa tot, sondern es wird schlimmer. Die mutieren. Also sie sind nicht tot, sie mutieren ja richtig, aber das hat einen Nebeneffekt, der an der Stelle tatsächlich die Rettung des Planeten ist, weil offenbar diese Fähigkeit, diesen psionischen Schrei in den Wort zu schicken, um die Schwarmflotten zu rufen, das scheint ihnen nicht mehr möglich zu sein. Ja, genau. Das ist richtig. Das bedeutet, der Planet wird halt mit hoher Sicherheit erstmal nicht von außen gefressen. Ja, tatsächlich ist es so, dass etwas entsteht, das nennt sich der Maul-Strain. Genau, der Maul-Strain, richtig, genau. Genau, und das ist tatsächlich, wie Gregor schon sagt, die haben nicht mehr die Fähigkeit, Tyrannidenschwarmflotten anzulocken, sind selbst auch hochgradig mutiert, sind selbst hochgradig verstrahlt und verkommen, haben immer noch natürlich diesen Patriarchen, der da existiert und beginnen sich über die gesamte Fläche innerhalb des Staubwalds auszudehnen. Denn eine Sache, die sehr wohl passiert ist, ist, dass nicht nur verschiedenste Flüchtlingskonvois innerhalb dieses Staubwalds dann gefangen waren, die eben einfach nicht umgebracht worden sind, sondern die sich irgendwie verstecken konnten, sondern auch Regimenter der planetaren Verteidigungsstreitkräfte, die zum Zeitpunkt der Bombardierung entweder in Haif Sekundus waren oder innerhalb des Staubwalds werden einfach mit in die Quarantäne entlassen und beginnen dann tatsächlich da irgendwie sich Schutz zu suchen, kleine Siedlungen anzulegen und solche Sachen zu machen. Und über die verbreitet sich dieser Gene Stealer Curse dann natürlich auf der einen Seite auch, auf der anderen gibt es aber auch solche, die tatsächlich Widerstand leisten und es schaffen, über die Jahrhunderte zu überleben. Ja. Und natürlich, also komplett den Deckel draufhalten kannst du auf so einem Planeten wie Nekromunda in solchen Geschichten das sowieso nicht. Was dafür sorgt, dass Games Workshop, und das ist jetzt tatsächlich der einzige in Anführungsstrichen Redcon, den sie mit den Geschichten von Nekromunda mit der alten Edition gemacht haben, dann kommen nämlich die sogenannten Spirals ins Spiel. Die Spirals sind die Kinder von Adligen aus, von Nekromunda ursprünglich war das so, dass praktisch alle Adelshäuser diese Spira-Anzüge hatten. Jetzt in den aktuellen Lore hinweisen, ist das nur das Haus Helmauer, also das imperiale Haus, das diese Anzüge hat. Und es wird erwartet, dass die praktisch Erben beweisen, dass sie in der Lage sind, auf einem Planeten, auf dem der Konkurrenzdruck mit einer derartigen Brutalität geführt wird, zu bestehen. Und das wird von ihnen verlangt, indem man sagt, ihr zieht jetzt diese tollen Anzüge an und dann geht ihr los und fangt an Leute umzubringen. Und zwar nicht einfach irgendwelche Leute, sondern ihr müsst in diese Secundian Abyss, in diesen Abgrund hinabsteigen und müsst Jeans-Dealer umbringen und Trophäen mitbringen. Ihr könnt gerne Leute mitnehmen, das passiert häufiger mal, dass sie vom Haus Van Saad, das ist so eines dieser Ganghäuser, dass sie da Leute mitnehmen, weil die hoffen, irgendwelche Archäotec finden zu können. Und dann ziehen die los und sollen im Idealfall mit großen Trophäen und erschlagenen Monstern zurückkommen. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil einfach die Monster zurückschlagen. Und diese Anzüge sind zumindest laut den Erzählungen, die es bisher gibt, also die es in der alten Edition gab und auch jetzt in der neuen, sind eigentlich besser als das, was das Imperium im Normalfall zur Verfügung hat. Das sind lernende Anzüge. Die haben am Anfang so ein Grundset an Fähigkeiten und an Ausrüstung. Und je erfolgreicher diese Spyro-Anzugträger sind auf ihrem Mannbarkeits-Erwachsenwerden-Ritual, desto mehr Fähigkeiten und Systeme schaltet der Anzug frei. Also sozusagen, der lernt dazu und gibt seinem Träger zusätzliche Fähigkeiten im Laufe der Zeit. Was etwas ist, das ich zumindest jetzt ansonsten aus dem Imperium eher so gar nicht kenne. Weil das ja schon sehr nah dran ist an verbotener Intelligenz, so Maschinen, die von alleine lernen. Tatsächlich ist es auch so, dass der Maschinengeist, der in diesen Dingen steckt, wir haben ja das Hive-Secundus-Buch schon hier und von Games Workshop bekommen und da ist eine Kurzgeschichte drin, wo tatsächlich genau das passiert. Also wo ein Jeans-Dealer letztlich auf so einen Spire-Suit trifft und der Spire-Suit beginnt quasi vollständig eigentlich diesen Erben des Hauses Helmar zu übernehmen und beginnt letztlich ähnlich wie das, also es ist nicht vollständig Abdominal Intelligence, würde ich sagen, aber es ist sehr, sehr nah zum Beispiel dran, wie auch die Maschinengeister der Imperial Knights oder so funktionieren. Also er wird mit Emotionen geflutet, während dieser Spire-Suit auch ganz, ganz stark auf die hormonelle Zusammensetzung im Körper des Erben des Hauses Helmar Zugriff nimmt und zum Beispiel Furchtreaktionen und sowas massiv unterdrückt. Also ganz spannend eigentlich, wie cool dieses Teil funktioniert. Ja, also da haben Sie im Vergleich zu den alten Sachen, haben Sie da schon nochmal deutlich an der Erzählweise drum herum geschraubt. In den alten Erzählungen war es halt so, ja, diese Anzüge können sozusagen Fähigkeiten freischalten, weswegen die Anzüge der Materialchen und Patriarchen der verschiedenen Häuser einfach auch die krassesten Anzüge seit immer waren. Und das haben Sie jetzt nochmal so ein bisschen verändert. Und wo ich tatsächlich sehr gespannt bin, aber da muss ich in das Buch dann reingucken, wenn es dann da ist, ob sich der Anzug, den Lady Helmar mittlerweile trägt, wo es ja auch die Miniatur zu gibt, ob der sich in den Werten und den Sachen, die er kann, signifikant von den Sachen entscheidet, die die normalen Spirals tragen. Und was auch die Entwicklungsstufen angeht, das muss ich im Buch dann nachlesen, wie so ein Anzug aussieht, wenn er ausgemaxt ist und ob dann der Anzug von Lady Helmar einfach nochmal schlimmer ist. Insgesamt ist es tatsächlich auch so, dass neben der Tatsache, dass die Spirer da reingeschickt werden, um ihre Mannbarkeits- oder Fraubarkeitsprüfung sozusagen hinter sich zu bringen und die haben so einen internen Kill-Count, mit dem sie dann zurückkehren. Genau, und erst ab einer bestimmten Zahl dürfen die, glaube ich, wieder nach Hause oder so. Richtig. Ist es tatsächlich auch so, dass natürlich sich in Hive Sekundus zwei große Schätze befinden. Einmal die Aufzeichnungen aus dem dunklen Zeitalter der Technologie in Form von Datenkernen und dann gibt es auch noch das Gerücht, dass Hermiatus viel, viel erfolgreicher war, als man gedacht hätte. Und dass innerhalb der Mutationen der Male Strain Genestealer, innerhalb von deren genetischem Material, tatsächlich der Schlüssel liegt, die Genestealer-Kultplage tatsächlich für immer zu vernichten. Das bedeutet, grundlegend brechen da auch einfach regelmäßig Leute auf in den Hive Sekundus durch diese Wüste, die da rumliegt, durch die Lager der Verdammten und Verlorenen, die sich da innerhalb des Staubwalds niedergelassen haben und steigen dann in dieser Abyss des Hive Sekundus hinab, um dort Jagd auf Genestealer zu machen und um dort tatsächlich an diese Datenkerne zu kommen. Und das ist natürlich einfach ein absolutes Selbstmordkommando. Ja, natürlich. Aber es gibt immer noch genug Leute, die sagen, ey, das Risiko ist hoch, aber wenn es klappt, habe ich ausgesorgt und kann leben wie ein König. Das ist natürlich dann sozusagen der Gegenpunkt, den gerade jetzt die Haus-Vansar, Tech Hunters, die halt einfach hoffen, dass irgendwo in der Makropole eine Lösung für ihr Problem liegt. Denn die haben das Problem, die greifen auf ein defektes STC zu, also so ein Standardtechnologie-Konstrukt. Daher kommt auch ihre mehr oder weniger technische Überlegenheit gegenüber ihren vielen anderen Gangs, was Energiewaffen angeht. Sie tragen auch diese ganze Zeit diese Umweltanzüge, weil dieses STC-Zeug ist fehlerhaft. Das bringt sie um, weil es eine Hintergrundstrahlung hat, die dafür sorgt, dass eigentlich alle Angehörigen des Hauses schwer krebskrank sind. Und die hoffen jetzt, dass sich in den Tiefen von Sekundos irgendwo Wissen und Technologie befindet, mit der sie diesen STC reparieren können und mit der sie praktisch diesen Makel und diesen Nachteil, den sie als Haus haben, dass sie das damit ausschalten können. Das ist zumindest ihre Hoffnung. Ja, in der Tat, genau. Also grundlegend gibt es reichlich Gründe, in den Haif Sekundos hinabzusteigen und sich dort ein bisschen aufzuhalten und mal zu schauen, was so geht. Eine große Problematik, die wir bisher noch nicht erwähnt haben, ist auch das Folgende, nämlich während es dem Patriarchen, der Maelstrain-Ginstealer nicht möglich ist, den Schrei in den Warp sozusagen zu projizieren, um eine Tyrannidenschwarmflotte herbeizurufen. Es ist aber tatsächlich so, dass sein psionischer Schrei andere Dinge tut. Nämlich, neben der Tatsache, dass natürlich hin und wieder schon mal ein Genestealer-Kultist durch den Staubwall entkommt und so seinen kleinen Subkult gründet, ist der Kult der Second Sons, also der zweiten Söhne, entsprechend nach Haif Sekundos benannt, auch einer, der sich dadurch verbreitet, dass dieser Genestealer-Patriarch hin und wieder mal Wellen psionischer Energie aussendet, die auf ganz Necromunda zu hören sind. Und dass das durchaus auch ein Problem ist, dass er manchmal auch Personen, die im Haif Prime ist oder in anderen Haif Cities von Necromunda sind, mit seinen Gedanken und seinem Sirenen-Gesang erreichen kann tatsächlich. Ja, also Necromunda hat ja unabhängig jetzt von Haif Sekundos immer mal wieder ein Problem mit Symbionten-Kulten. Die sind aber nie so schnell so stark geworden, sondern das ist so, du kannst seit Neuauflage von Necromunda, gibt es schon immer die Möglichkeit, du kannst halt eine Symbionten-Kult-Gang spielen. Das ist nie aktiv ausgebaut worden, erzählerisch. Das war immer so ein bisschen so, ja, wenn ihr die Modelle aus 40K sowieso habt, könnt ihr damit auch Necromunda spielen. Das war bisher so ein bisschen der Ansatz, man sagt, man zieht darüber nochmal zu bestimmter Art von Spielern mit rein. Aber das ist halt immer so ein Problem, was der Planet tatsächlich noch selber unter Kontrolle halten kann, beziehungsweise insofern nicht wahrnimmt, weil Gangstreitigkeiten, Gangkriege gibt es permanent. Wenn es da halt eine weitere gibt, die irgendwie vielleicht ein bisschen seltsame Gesichter hat und irgendwie keine Haare auf dem Kopf, dann ist das halt so. Aber das überrascht da niemanden. Das bedeutet, es ist so eine Bedrohung, die in den noch aktiv bewohnten Makropolen nicht als solche wahrgenommen wird. Es wird unterschätzt, was dahinter steckt. Und da ist natürlich dann der potenzielle Einfluss durch den Patriarchen nochmal ein Risikofaktor, den ganz viele, glaube ich, gar nicht sehen, gar nicht wahrnehmen. Ja, genau das. Also und tatsächlich gerade auch die Idee, in Necromunda ist es ja so, all diese Gangs haben ja in irgendeiner Art und Weise, ich sage jetzt mal, optische Abnormitäten. Das bedeutet, da stellt wahrscheinlich auch keiner eine Frage, wenn halt einer mal einen größeren Kopf hat, hat er halt einen größeren Kopf, da schieße ich halt rein. Genauso wie in die riesigen Muskeln eines Goliaths-Gängers oder wie in den ekligen, mega dürren Körper von, Gott, wie heißen sie denn jetzt? Ja, ich weiß, wen du meinst. Genau, die Trenchcoat-Truppe, die ja auch keiner Haare auf dem Kopf hat. Genau. An der Stelle eine kurze Anmerkung zu denen, über die Gang haben sie in Necromunda den Cthulhu-Mythos mit reingebracht, weil die verehren irgendein uraltes Wesen in der Tiefe, das psionisch mit ihnen in Kontakt steht. Und es ist relativ sicher, dass es da nicht um so einen Bionden-Kult und Jeans-Dealer geht, sondern irgendeine mächtige, uralte Kreatur, die wie Wasser basiert in den Tiefen der Makropole lebt. Ich finde das so geil, dass Necromunda einfach, die halten sich da einfach null zurück. Auf dieser Welt passiert einfach alles Schimmel auf einmal. Da gibt es doch auch diese Korps-Grinder, die eigentlich Korn verlieren, oder? Genau, es gibt die Kornkultisten, genau. Durchgeknallte Fleischer, die einmal zu viel Menschenfleisch gegessen haben und jetzt Kornanhänger sind. Ja, aber auch die gibt es. Also insgesamt macht Necromunda mich da sehr, sehr fröhlich. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, haben wir jetzt einmal quasi Necromunda und den Hive-Sekundus grob umrissen und was da los ist. Genau, dann an der Stelle noch, Anna hat ein Video gemacht, wie sie einen Hive-Spiral bemalt hat. Richtig. Das verlinke ich mal hier. Ja, ich bitte darum. Schaut auch da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Und genau. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Wenn ihr, und da mache ich jetzt schamlos ausnahmsweise Werbung für einen anderen, aber mit uns befreundeten Kanal. Wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Necromunda-Fraktionen aus den vergangenen Jahren haben wollt und auch zu den Kampagnenbänden, die im Laufe der Zeit erschienen sind, da findet ihr bei Diced beim Dennis einiges an Videos, die von mir gemacht worden sind. Das ist dann wirklich so ein Deep Dive nur zu diesem Setting. Das können wir hier auf dem Kanal gar nicht in der Form abdecken. Genau. Und auch sonst, der Dennis ist ein netter Kerl, da vorbeizuschauen. Das ist korrekt. Absolut. Gut, dann bedanke ich mich, dass du dir hier spontan die Zeit genommen hast, dass wir hier die Aufnahme machen konnten. Sehr, sehr gerne, Gregor. Habt du noch einen schönen Tag. Und genau, dann bis bald, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.